Die Weltsicht unserer Herrscher Dunkel-luciferanische Okkultisten haben diese Welt für Jahrtausende durch ihr tiefgehendes Verständnis vom Okkulten und den Naturgesetzen und durch die Erfindung von falschen Weltreligionen für die ignoranten Massen, die sie beherrschen, kontrolliert. Es ist sehr wichtig, deren allumfassende Welt sich zu verstehen, weil wir das Denken unserer Versklavar begreifen müssen, wenn wir deren Herrschaft beenden und wirklich frei sein wollen. Man muss seinen Feind kennen. Viele sagen, ich muss das nicht wissen. Ich glaube da nicht dran. Völliger Blödsinn. Man muss wissen, wie diese Leute denken. Es ist vergleichbar, wenn man sagt, ich werde heute Abend diesem MMA-Cagefighter im Ring gegenübertreten. Ich brauche nichts über seine Strategien oder seine Fähigkeiten zu wissen. Ich haue ihn einfach weg. Ja klar, so funktioniert das in einem echten Kampf. Man kämpft nicht mit seinem Kopf und versucht nicht, die Fähigkeiten und Strategien seines Gegners zu erkennen. Man geht einfach rein und haut ihn weg. Klar. Diese dunklen Okkultisten verstehen völlig, dass das Universum durch spirituelle Gesetze, die vom Schöpfer, der zugrunde liegenden Intelligenz des Universums, eingesetzt wurden, geregelt ist. Und sie rebellieren offen gegen diese moralischen, spirituellen Gesetze. Sie wissen ganz genau, dass diese Gesetze Verhalten regeln und dass diese Gesetze für falsches und schlechtes Verhalten chaotische und destruktive Konsequenzen bringen. Wie kommen sie damit davon? Wenn sie immer noch herrschen, wie machen sie das? Wenn sie immer noch an der Spitze der Nahrungsgärte stehen, wenn man so sagen will, freier sind als andere und Leute besitzen und versklaven, Sie glauben, da die moralischen Naturgesetze im Universum in Kraft sind, dass das ganze Universum an sich ein Gefängnis für sie ist, weil sie nicht ungestraft und ohne schlechte Konsequenzen mit allem davon kommen können. Das ist die wahre Weltsicht eines dunklen Okkultisten. Wenn man es auf die Essenz runterkocht, sie glauben, dass sie in einem Gefängnis seien, weil sie wissen, dass das Universum durch moralische Gesetze geregelt ist und sie selber nicht all das machen können, was sie wollen, ohne schlechte Konsequenzen. Sie wollen einen Bereich, in dem sie alles machen können, zum Beispiel jemanden brechen, bestehlen, seine Rechte wegnehmen, ihn verletzen oder Schlimmeres machen können und damit davon kommen, ohne universelle karmische Konsequenzen. Weil sie festgestellt haben, dass das nicht möglich ist, betrachten sie das ganze Universum als ein Gefängnis für sie. Und weil sie gegen die Gesetze rebellieren, haben sie die bewusste Entscheidung getroffen, dass sie die moralischen Gesetze nie akzeptieren werden und offen dagegen rebellieren, bekommen sie andere Leute dazu, ihre Befehle und ihre Drecksarbeit für sie zu erledigen. Und genau damit entgehen sie den karmischen Konsequenzen. Deswegen kommen sie damit davon und können weitermachen. Sie denken, dass sie im Knast sind, nur weil es Regeln gibt. Sie verstehen nicht, dass diese Gesetze für unser Wohl, Wachstum, Lernen und unsere Freiheit existieren. Sie wollen lieber einen Knast, in dem, was sie als Hölle ansehen, regieren, als dem Himmel zu dienen, in dem, was für uns alle ein Paradies sein könnte. Dazu müssten sie nur die moralischen Gesetze akzeptieren. Diese Weltsicht ist in Geschichten von Luzifer, Satan, rebellischen und gefallenen Engeln, Dämonen, Archonten, dem Antichristen und anderen Antichrist-Archetypen, die sich weigerten, an moralische Standards gebunden zu sein und versuchten, die Schöpfung durch Verdummung der Leute zu kontrollieren, personifiziert worden. Diese psychopathische und größenwahnsinnige Priesterklasse betrachten diejenigen, die ignorant, apathisch, willenlos und zu feige sind, den menschlichen Zustand zu ändern, als spirituell tot an. Und so bezeichnen sie die Leute. Die dunklen Okkultisten, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe, sprachen von der Bevölkerung als die Toten. Das ist deren Bezeichnung für die Leute. Die Toten. Und sie erklären das wie folgt. Wenn du deine Intelligenz nicht benutzt, ist der gedankliche Aspekt deines Bewusstseins tot. Und wenn du deine Fürsorge nicht benutzt, dann ist der Gefühlsaspekt deines Bewusstseins tot. Und wenn du faul, apathisch und feige bist und nicht in der Welt aktiv wirst, um die Sklaverei zu beenden, dann sind deine Handlungen abgestorben. Und wenn diese drei Aspekte des Bewusstseins tot sind, dann ist das Bewusstsein tot und das Wesen ist nicht wirklich am Leben. Es ist ein Fleischroboter, mit dem sie machen können, was sie wollen, wie Eigentum. So sind ihre Gedankengänge im Umgang mit Leuten. Und um in der Wahrheit die Ehre zu geben, ich kann nicht sagen, dass ich es nicht verstehen kann, wie sie darauf kommen. Aber ich lehne ihre Methodik ab und denke, dass sie sich falsch verhalten. Aber auf die Mehrheit der Leute auf diesem Planeten trifft die Beschreibung der dunklen Okkultisten zu. Leider. Ich sage es nicht mit Hass, aber muss zugeben, dass sie damit nicht lügen. Die meisten sind nicht aktiviert, weder im Geist, Gefühl noch Handlung. Sie sind also die 666 oder die Toten.